Herzlich Willkommen meine Damen und Herren, es ist wieder Zeit, sich mit der Welt da draußen auseinanderzusetzen. Oh yeah. Und dafür... musste ich ja... Ja stimmt, ich musste den Spiegel benutzen. So war das. So. Und tschüss. Wo bin ich hier nochmal? Ach ja, El Crap. El Crap, ey. So. Ein bisschen Fruchtsalat. Sehr geil. Es ist geschlossen. Aha, irgendwas mit Musik, glaube ich. Leider kommt man da nicht rein. Schade. Boah, drei auf einen streicht er mit so einer... Zu einem Leuchtfeuer war schon geil von mir. Irgendwie scheint dieses Gebäude nicht hierher zu gehören. Aha. Bisschen Munition. Ein bisschen Lebenstrank. Und das Fenster. Scheint nichts dahinter zu sein. Oh what. War das von... War das durch eine Explosion verursacht worden? Es sieht mehr aus, als hätte ein Kampf stattgefunden. Aha. Zeit zu essen. Ein Krater. Irgendwas... ...ist ziemlich gruselig dabei. Ist das das... ...Werk der Überlebenden? What? Krater. Irgendeine Art Bus. Scheint hier... ...Crash zu sein. Naja, kann auch direkt reingucken. Hm. Ich denke nicht, dass die Tür sich öffnen wird, wenn die... ...Elektronik nicht funktioniert. Hm. Ich denke mal, die... ...Elektronik ist hinter diesem Fach. Ich frage mich, ob ich es aufkriegen kann. ...Habe ich irgendwas zum Aufkriegen? Hm. Fleisch. Habe ich nichts zum Aufkriegen von irgendwas? Ich benutze mal. Ach. Du musst das auf der Couch spielen. Cool. Ja, muss ich mal tun, ey. Hast du eine Runde Gameboy? Hoffentlich hast du Pokémon, ey. Du wirst hungrig. Mal wieder. Jammer nicht. Okay. Ich brauche irgendwas, um... ...das Fach für die Elektronik rein... ...aufzukriegen. Oh, what? Was ist das denn für ein Ruf? Den kenne ich ja gar nicht. Ach so, und... Aha. ...verstehe ich nicht. Was muss ich hier tun? Da hinten ist nichts, ne? Nichts außer Tod und Verderben. Was auch immer die da machen. So, lass mich durch. Okay. Okay, die muss ich wohl leider umbringen, mein Freund. Habe ich wieder viel zu viel Munition verschwendet für. Wieso kreischen die da? Wieso sehen sie mich alle eigentlich? Ach ja. Ist ein Spiel über Monster und so weiter. Ja, ja. Du bist erschöpft. Kenn ich. Naja, das sind die Dinger, die da nur noch so rumkriechen. Richtig, richtig egal. Lass mich durch. Ich bin Arzt. Oder sowas in der Art. So. Hat der Direktor vielleicht noch was? Bla, 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 bla. Er hat nichts für mich. Am besten gehe ich jetzt auf die Couch und zocke ein bisschen. Hier. Zocke. Du willst eine Batterie verschwenden? Oh Gott. Wenn ich das jetzt bereue. Okay, ich werde es trotzdem machen. Ein bisschen zocken, ein paar Stunden. Ah, und wo sind die letzten beiden Edelsteine? Ich habe das glänzende Ding da. Aha. Es ist gerade hier oben. Und was kriege ich dafür jetzt, dass ich hier gezockt habe? Gar nichts. Oh Gott, ich habe einfach nur eine Batterie verschwendet. Ich bin so ein Bob. So ein Bob bin ich. Es ist unglaublich. Kann ich nicht endlich mal irgendwie einen Dosenöffner bekommen? Das ist unglaublich. Ich habe noch eine grüne Pille. Eine einzige. Wie soll ich es machen? Erstmal muss ich schlafen. Das ist auf jeden Fall State of the Art hier. Und außerdem muss ich die Katze wieder finden. Am besten esse ich ein bisschen was. Um mich auch wieder ein bisschen zu heilen. Ich habe nur Käse im Moment. Und ein bisschen Fleisch. Esse ich mal ein bisschen Käse. Nichts Spezielles, aber es hat dich ein bisschen satt gemacht, oder? Sag mir ja, oder du wirst leiden. Unvorstellbare Qualen wirst du allein, wenn du das nicht als lecker empfunden hast. So, am besten gehe ich jetzt noch mal da in diese eine Gasse, wo... Ich bin da doch gar nicht links dann gegangen. Da hinten. Dumm von mir. So, hier muss ich... War drei verrottetes Fleisch oder zwei? Ihr seid mir ein bisschen zu weit vorne, ganz ehrlich, Leute. Eins war die Flair. Drei war... Ich weiß jetzt nicht mehr, was die drei überhaupt war. Ach ja. Lebenstrank. Stimmt. Gönnt euch. Ihr seid meine besten Buddies. Also könnt ihr... Habt ihr... Geht das auf mich heute? Dat geht auf mich. Alles klar, Mann. Geil. Du kannst auch ein Stück nach rechts gehen. Ja, stimmt. Da muss ich ein bisschen warten. Auf der anderen Seite blockiert. Alles klar. Geht er weg. Ja, ja. Der muss jetzt erstmal checken, ob die Situation... Ob die Lage rein ist hier. Er sieht mich ja nicht. Also wird das hier ein paar Minuten hier... Ah ja. Guck, da war er sich sicher, dass ich weg bin. Dass ich nicht hier bin, ne? Er hat sich geirrt. Noch nie hast du dich so sehr geirrt. Hier war ja nichts mehr drin. Stimmt, ich war hier noch gar nicht. Aber wie soll ich da dran vorbei? Vielleicht ist die Katze ja nochmal da. Dann kann ich ja nochmal mit der Katze reden. Ich hab ja wieder Katzenfutter. Katzenfutter, nur das Beste für die Katze. Oh, 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 yeah. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Und da ist so ein Schwabbel-Time. Dagegen, dass ich nicht kämpfen will. Nee, nee, nee. Kannst nicht mehr? Wieso kannst du nicht mehr? Kannst nie. Gut. Mein Bro, jetzt kannst du wieder nach links gehen. Aber du musst ja wieder die Lage checken, Mann. Ich hätte jetzt Bock auf so eine kleine Clementine. Raumluftverbesserung für Mau. Das heißt, nicht für Mau, aber für wenig Geld. Und sie schmeckt. So. Was ist das? Oh, ein Supermarkt. Ja, was bringt dir Geld eigentlich? Das ist eine gute Frage. Ich. Ich mach das so. Vielleicht funktioniert's ja. Das funktioniert, ne. Dann bin ich ein Genie. Genie. Und am Ende muss ich sie doch weiter töten. Das würde mir ja Spaß machen. Was ist das denn? Noch ein Comic. Oh, die Box. Da ist ja wieder dieses Kreuz drauf. Das war ja doch relativ knapp. Muss ich sagen. Komm, nimmst du mal so einen. Lebensfall. Großartig. Ja, sehr großartig. Geil, ne. Bisschen Munition. Geil. Alles klar. Wo bin ich hier eigentlich? Noch ein Comic. Wie viele von denen liegen hier rum? Und vor allem, was soll ich mit den ganzen Katzenfutter, weil ich da rauskriege? Ein altes Gebäude. Da sind wieder ein paar... Kaffee. Ein Kaffee. Ich möchte das nicht lesen. Ach Gott. Und jetzt habe ich meine Chance vertan, da vorbeizukommen. Ach, Dankeschön. Ich gehe einfach mal hier lang. Bitte, 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 bitte. Und noch ein Comic, alter Schwede. Lala, fettes Schwabbe-Teil, fettes Schwabbe-Teil, fettes Schwabbe-Teil. Wenn es ein bisschen Kaffeepole war, ein Körper. Irgendwas ist es in der Brust. Kabelschneider? Wieso muss ich solche Dinge immer wieder berühren, ja. Hart ist das. Hart ist das. Wie soll das eigentlich darstellen, das Viech, ey? Ich habe keinen Schimmer. Könntest du einen Schritt nach rechts gehen? Schau mir in die Augen, Kleines. Aber schon geil. Hier kann man ohne Probleme durch, ohne irgendwas zu töten. Das ist ja meine Abwechslung. Tschüss. So, jetzt könntest du auch einen Schritt nach rechts gehen. Mein Gott, hier muss doch irgendwo ein Spiegel sein. Aber ich glaube, die Kabelschneider brauche ich dafür, um dem Bus die Elektronik da ein bisschen zu... Weil, wisst ihr was? Ich glaube, ich gönne mir gleich einen Kaffee. Dafür, ich bin ja gerade so müde. Dafür habe ich den doch dabei. Oh fuck, ich habe hier... Ich habe doch meine Chance schon wieder verpasst. Wieso verpasse ich meine Chance immer wieder? Bla, bla, bla. Sehr schön. Wieso kam der eben direkt zurück, bitte? Das verstehe ich ja jetzt nicht. Ach, das sind zwei. Hallo. Nummer zwei. Das hier ist Nummer... Der linke ist Nummer eins. Der rechte ist Nummer zwei. Nummer zwei. Versucht nicht, mein Lieblicks Nummer eins zu verwirren. Was? Wieso kann ich nicht hier raus? Da ist ja ein Geländer. Och, das war knapp. Sehr schön. Was ist das für ein violettes Licht? Was ist... Da hinten ist doch was. Das sehe ich doch auf einen Blick hier. Violettes Licht. Alles klar, du gehst da ein bisschen nach links. Das freut mich aber. Oh, ein Brechenreisen. Damit kann ich das doch aufbrechen. Okay, ich muss wohl... Weißt du was? Das hier ist mein letztes... Das hier ist mein letztes... Letztes Leuchtenfeuer hier. Ja, ich verschone euch, weil ich so ein müthiger Gott bin. Ein bisschen ein paar Cracker. Oder... Warte. Mit... Käse. Cracker mit Käse. Jetzt... Lass uns sehen. Slice Cheese. Cheese Crackers. Ein Klassiker. Ein Klassiker ist das. So, damit kann ich jetzt, glaube ich, die... Ähm... Den Bus reparieren, ne? Cool. Äh... Wo muss ich jetzt hin? Und vor allem, ich sollte mal irgendwie speichern können. Ich konnte jetzt hier in der Ewigkeit nicht mehr speichern. Das stimmt. So. Dann kriege ich... Dann muss ich wieder zum Direktor. Ich muss nämlich einige Sachen eintauschen. Ich brauche wieder ein paar Leuchtfeuer vor allem. Und die Katzen-Comics gegen Katzenfutter. Auch wenn ich nicht weiß, wo die Katze jedes Mal auftauchen wird. Kann nicht schaden, weil die Comics so bringen mir ja nix. Muss ich lang? Ich muss hier rein. Bewege dich nach rechts, werte Herr. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Und ich muss auch mal speichern. Heute lief es aber gut, muss ich sagen. Lief gut. So viel dazu. Und weg hier. Fuck. Jetzt habe ich Munition verschwendet. Ich habe Zeit verschwendet. Ich habe alles verschwendet. Ich hätte einfach einen auch sicher machen sollen. Und den Spiegel hier benutzen. Aber nee. Ach ja. Tschüss. So ein Mist. Am besten nehme ich nochmal eine grüne Pille. Die letzte. Ich werde jetzt nochmal schlafen. Und dann werde ich Schluss machen. Und dann nochmal mit diesem Boxmann reden. Die Box mit dem Kreuz kommt sehr oft vor, muss ich sagen. Du musst denken, dass du jetzt nicht allein bist. Du hast es selbst in deinem Tagebuch geschrieben. Hast du es nicht? Ich habe kein Tagebuch. Ich habe es vielleicht getan. Habe ich nicht. Ich habe es vielleicht getan. Ich mache die Dinge die ganze Zeit, ohne dass ich es wirklich erkenne. Versuche es dann zu lesen. Manchmal ist es gut, sich zu erinnern, was passiert ist. Ich würde nicht nochmal zu mir kommen, um mich zu sehen. Wenn ich du wäre. Es schadet nicht, das zu versuchen. Ich werde dir eine kleine Hilfestellung geben. Geh nicht da raus mit einem leeren Markt. Oder zu Bett dafür. Also geh nicht ungericht zu Bett oder so. Hat nicht viel gebracht. Ein Squid Stick. Ich gehe nochmal auf den Direktor. So. Ich sollte dann eben... Okay. Ich mache jetzt Schluss. Beim nächsten Mal werde ich wieder mit dem Direktor ein bisschen plaudern. Also bis dahin. Auf Wiedersehen.